Ah, Reflux und André haben sich zusammengetan und das Zepter von Gumsi, dem König der Gnaren, gestohlen. Sie werden Laptis beschwören und unbeschreibliche Macht erhalten, ihr. Diese Tür führt zu einer Abkürzung, so könnt ihr sie einholen, verheilen... Okay, Abkürzung ist sehr schön. Und willkommen zurück zu Rayman 3. Hey, Abkürzung, deswegen, weil das Kapitel die längste Abkürzung heißt. Und gut ist, dass wir bisher hier, 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 hier und hier so einen Smiley haben. Und lachen dann so einen ganz glücklichen. Glücklich sein ist gut. Glücklich sein ist viel Gesundheit und der gesamten Gesellschaft eigentlich kein Dorn im Auge, so. Ich glaube, der Blödsinn, der irgendwie zu psycho ist, um ihn irgendwie wahrhaben zu können. So, kann man unter anderem skillen. Und ich habe geskillt. 360 Kombo, das war der höchste, den man da drin holen konnte, ja. Eigentlich ist es möglichst gut, hier echt nie mit Vollspeed in den reinzurasen, weil sonst... ja, kriegt man letztendlich dann weniger Punkte, weil man ihn weniger treffen muss. Finde ich ziemlich schade. Scheiß drauf. Kack. Ah, okay, gut. E-Hack. ach verdammt nein ich hab schon einen Minuspunkt bekommen wenn ich noch 639 mal gegen was gehe, ah, gut shit wenn ich Privatspiele mache ich es eigentlich immer so, dass ich nie mit heiß wieder in den reinfahre ekligen kannst du mal herkommen du bist schon wieder weg wenn du bei der nächste Regella mit machst du hast aber gewonnen nur mit Geschwindigkeit in den reinrasen kannst, ok einmal komm, ja zack weg mit dem Spast verdammt hier seht ihr im unteren Bereich ein Fenster oben war keins 12.000 Punkte das heißt wir haben jetzt schon 19.000 Punkte Skill sehr viel mit Skill zu tun, ich weiß, aber ich wollte mich jetzt einfach mal loben an dieser Stelle auch wenn ich nicht viel gemacht habe, außer den Geheimgang zu finden ja genau Aua jetzt waren wir wieder unsichtbar gerade, das macht natürlich wiederum sehr viel Sinn also Unsichtbarkeit ist schon dann sinnvoll das sinnvollste Elemente des Spiels also doch ich denke mir natürlich auch wieder schönen Combo durch diese Kronen das ist eigentlich nichts Großes, was man durch diese Kronen bekommen ey, diese Kröntchen, kennt ihr die? das ist so ähnlich wie Kroketten hmm, lecker lecker, 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 lecker so, ok, das ganze gelbe ist weg, das ist für alle Kronen das heißt wir machen das auf und hier ist noch ein Schmetterling 52, sehr schön ihr schreit halt rum warum auch immer diese komische Spaten, Klappspaten und Bohrer Musik kommt, keine Ahnung das macht einfach keinen Sinn aber durch das war schon das erste Level von dem neuen Kapitel willkommen in meiner Welt 100% so, den hättet ihr gerne in eurer Hose, stimmt's? so, diesen Controller hättet ihr so gerne in eurer Hose ich, ich, ach, ich merke es doch schon gut, jetzt dürften uns rein theoretisch drei Bonusspiele spielen spielen, genau, fehlen aber die werden wir ja, also das ist echt keine Abkürzung das ist schon unglaublich so, aber wir fehlen gerade auch, wir haben ja schon über 20.000 Punkte aber trotzdem so viel mehr kriegen wir gar nicht mehr, glaube ich so viel mehr kriegen wir gar nicht mehr ha, ha, versteht ihr, ha christlich wie auch immer ich ziehe auf christ wow kommt so eine scheiß Plattform man, dankeschön und runter hier durch den durchs Klo so in der Art so hier aktivieren oh ah, ok hier kann man das aufmachen, übrigens was halt, da bin ich behindert ah der Comboid will sie wesentlich größer werden können aber da haben sie an dieser Stelle einfach mal drauf geschissen hm ich hab drauf geschissen weil ja wow ja das war auch nicht so natürlich gut, naja komm runter 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 denn ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt aber jedes mal mit darauf drehen auf diese Platte geht die Zeit wieder von vorne los wer hätte es gedacht sonst würde es keinen Sinn machen, dass ich hier nicht mal runter springen das ey es gibt übrigens nie wieder so eine gemeine äh abkürzung gemeines versteckt wie das da eben und ist wie im ersten Level mit dem Fenster mit den zwei grünen Krustallen drin aber das hier ist das wo es am wenigsten Punkte dahinter versteckt gibt wir waren doch noch schnell genug ok aber es fehlen uns noch Kronen was passiert denn jetzt? hm wir sind an einem geheimen Ort oh Gott aber die Musik fast gar nicht sie ist so es hört sich so an als wenn wir hier an einem Strand oder so soo gechillt ist die Musik da haben wir doch schon wieder die Punkte verkackt naja egal welche Punkte sind das denn ja letzten Endes doch nicht scheiße ich warte kurz zack zack ok oh ich verkack jetzt auch jeden einzelnen Kombo oder was Moment hier vorne war der oder? naja äh ne irgendwie verkackt und ich glaube ihr seht schon dass dass sie einfach unsichtbar ist die Plattform und dass sie sich da wieder spiegeln und aha endlich hab sie gefunden dankeschön jetzt wird's natürlich scheiße ohne die Kronen weil jetzt haben wir keinen Anhaltspunkt mehr wo die sich denn befinden hier 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 in der Luft ok ich glaube wir müssen doch von links also ich glaube wir können da nicht einfach so rauf ach hör auf Kack's halt nicht, Rayman. Kack's halt nicht. So, wie kann ich ihn jetzt genau sehen, wo der ist? Irgendwo hier. Gut, ich hätte es im First Try machen müssen, weil jetzt habe ich ein Problem. Genau dieses Problem meinte ich. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo diese ganzen Plattformen denn bitte sein sollen. Dankeschön. Wenigstens etwas... Scheiße, jetzt habe ich den nicht gemacht. Okay, fahr nochmal runter kurz. Dankeschön. So. Das war der einzigste, etwas schwierige Raum. Der eben, der Raum ist eigentlich einfach, wenn man es auf den ersten Versuch macht. Weil dann sieht man ja, hey, wo die Kronen sind, sind auch die anderen Dinger. Hey, die Plattform. Deswegen ist es dann natürlich einfach. Und wenn man es jetzt mal einmal verkackt hat, dann ist es übel. So, hier kann man durch. So, rotet. So. Und wieder haben wir ein Level abgeschossen, würde ich fast behaupten, weil wir alle Kronen... ...einhalten haben. Ich habe es geschafft. Ja, du bist echt Globox. Ach, du bist... Mein Gott. Mein Schöpfer. Du hast mich geschaffen. Du hast mich geschaffen. Ich habe es endlich geschafft. Alter, du betreibst halt. Langsam. Nicht zu nah ran, denn... Das ist so ein und dann kann man den einsammeln. So. Leider gab es jetzt hier keine Rüstung. Das wäre nämlich dann sehr vorteilhaft gewesen. Aber naja. Was soll man machen? Einfach durch. Ja, einfach durch. 100%. Das sind meine gewollten 100%. Mehr 100% gibt es nicht als 100%. Nur 34.000 Punkte bis zum nächsten Bonuslevel. Hatte ich nicht eben erst ein Bonuslevel freigeschaltet? Bin ich mir gerade echt unsicher? Ich glaube schon. Ja, du bist auch so ein Unglück. Fett, sag. So. Und Globox denkt übrigens, er wäre der Coolste, weil er denkt immer, wenn die Dinger aufgehen, er hätte sie aufgekriegt. Er hat es halt müssen. Äh. Äh. Nee, okay, das sage ich jetzt hier nicht. Das müsste ich sonst extra rauszensieren. Rauszensieren, genau. Äh, rausbiegen halt. Geheimnis. Auch wenn das nicht wirklich geheim ist, weil das hätte ich irgendwie, ich glaube, beim ersten Mal das Level spielen herausgefunden, oder beim zweiten Mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es relativ früh. So. Und jetzt hier hoch. Er erinnert einen eventuell relativ an den Feenrat, also an den ersten Part. Weil das Level erinnert mich da so gut an. Ich glaube, was quasi das ist. So. Ich denke mal, wir kriegen 35.000 Punkte in der Welt. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst immer bekommen habe. 35.000 genug ist? Ich glaube, ich glaube, dass ich tausend vielleicht möchte ich immer. Für mich kam es mir so vor, als hätte ich hier mal 4.000 oder so. Ach nein. Naja, habe ich mich vielleicht doch einfach okay. Jetzt, das kann auch mal vorkommen. Durch, durch, durcheinander. Aber ich würde sagen, durchweg oder so. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Das Wort jetzt hier in diesem Zusammenhang. Hier ist noch drei Grünchen. Und... Bitte, bitte, bitte. Okay, dann gehen wir jetzt mal runter. Es hat sich an der Abkürzung geöffnet. Diese Abkürzung bringt uns... Auch noch was. Hier. Okay. Hier können wir nicht sehen. Den Assi. Hier können wir den Assi sehen. Nein. Verdammt. Ich will die Kronen danach noch im Kombo haben. Hä? Hallo? Das ist irgendwie gerade nicht... Ah, jetzt geht's plötzlich. Naja. Oh nein. Nicht geschafft. Ach, scheißegal. Ich hab mich selbst. Und das ist... Der wichtigste Aspekt heute. Hier. Heutzutage in unserer Lage. So. Natürlich nicht, du... Kackaffe, du. So. Erstmal hoch. Hauptsache, Rayman übertreibt wieder von mit seinem... Ach, das ist anstrengend. Ach, ich schaffte das nicht. Okay. Aber ich denke mal, ihr seht schon... Dieses Kapitel ist gar nicht mal so lange. Okay, ihr wisst nicht, wie viel Level ist es letztendlich. Wenn ihr es noch nicht kennt, das Spiel... Aber das ist wirklich nicht lang. Wenn ich sage, ich schätze, ich habe 35.000 Punkte am Ende, dann könnt ihr wissen, es ist gleich vorbei. Oh, ich dachte, ich hätte den Kombo verkackt. So, und runter... Skifahren! Genickbruch, weil beim Skifahren passiert was. Hm, meine Mathelehrer hat sich zum Beispiel das Kreuzband gerissen beim Skifahren. Hm. Sie fährt so oft schnitt, das ist... Was man eigentlich meint, hm. Ich kann mir sowas doch eigentlich gar nicht mehr passieren, weil ich bin der Meinung, wenn man irgendwas ganz oft macht, und... Da kann man es ja eigentlich meistens auch sehr gut. Und deswegen kann einem da eigentlich nichts mehr passieren. Und wenn ich dann trotzdem was passiert, dann ist es dann... Stranger... Stranger ist es dann... Stranger ist es dann von 35.000 von ihm leben. Aber irgendwo habe ich ins Schmetterling gehört, als ich hier eben unten stund. Scheiß Wasser, sei leise im Moment. Wo habe ich ins Schmetterling gehört? Problem ist, ich weiß nicht wo. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wo die letzte Krone ist, die mir fliegt. Schmetterling, vielleicht hier? Schmetterling! Schmetterling? Schmetterling scheint nicht hier... Oh, das ist die letzte Krone, okay. Oder der Schmetterling... Hallo? Hallo? Dankeschön. Und wie es durchdrückt. Ich frage mich zwar, warum der Gang so lang ist, weil ich meine, übertreiben hätte man ja nicht unbedingt müssen. Ich meine... Oder ist das vielleicht gar kein Schmetterling, den ich für... Bille ich mir das vielleicht ein? Ich weiß es gar nicht. Ich wäre nicht hier. Wie hättest du wohl diese Türe geöffnet? Du hast es nicht zu sagen. Pip, 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 pip. Oh, scheiße, ich habe runtergefallen. Da ist auf jeden Fall ein Schmetterling hinten, aber ich bin ja meine, ich hätte einen anderen gehört. Aber wahrscheinlich war es nur der Hintergrund, ein bisschen den Hintergrundmelodie. Ist hier noch ein Ziergut oder so, was ich noch nie gehört habe, gesehen habe, meine ich. Oder so, ich muss ja mal gucken erstmal. Man weiß ja nie, Leute, man weiß ja nie. Aber anscheinend ist ja nichts. Okay. Ja, Glowbox, du hässliches Schiff. Irgendwas. Nimm ab, du fetter Sack. So. Damals dachte ich immer, dass wir einen Duschlauch da hinter der Plattform, wo die drei jetzt drauf sind. Oh, oh. Wenn es ihnen gelingt, Laptis zu beschwören, löst sich die Welt in Rauch auf. Pessimist. Nehmt das Boot und holt sie an. Beziehungsweise ist Japaner, der hat bestimmt Kai's O2 entwickelt. Dafür könnte ich nicht umbringen. Achtung, ey. Moment. Manchmal gibt es ein Level, in dem ich noch nie, noch, nie in meinem Leben 100%. geschafft habe. Und da frage ich mich dann immer, wie soll man in diesem Level 100% schaffen. Und ja. Wir sind jetzt übrigens schon, Moment. Ich kann euch das gut zeigen. Wenn dieses Foto gut fertig ist. Na komm, beeil dich. Nicht so schüchtern. So, hier. Wir sind im nächsten Kapitel. Das haben wir jetzt schon fertig. Und wir haben zum Glück so ein lachendes Gesicht. Gipfel über den Wolken. Das wird sehr witzig. Oh, Raven. Zieh. Doch komm und zieh. Ich muss eine Dose, die ich gerade suche. So, hier. Oh, wow. Junge, chill. Was geht bei dir? So, da habe ich schon mal 200 Combo rausgeholt. Doch. Ich habe es halt echt drauf. Eigentlich kann man da versuchen, irgendwie Combo's zu machen. Weil ihr seht schon, äh, da unten links oder in der Mitte halt, mit dem Navigationsteil, da kommt immer feindliche Schiffe an. Und ich merke, der ist hinten und nicht hier an den Seiten. Oh, das muss jetzt abgehen, glaube ich. So. Der Heal ist auch ein Secret, einen Moment. Ich glaube nicht, ich habe heute nicht genau. Verkackt. Naja, wenigstens wird man hochgeholt, wenn man es verkackt. Das ist wirklich das einzige Level, in dem wir sterben können, in diesem Spiel. Aber auch das wäre lächerlich. Läppisch. Das ist so freundlich hier irgendwie so. Du musst nie gleich sterben, so in der Art. Naja. So, wie soll ich sagen. Ich kann auch immer mal ein bisschen an den Kanonen rummachen. Ich gucke gar nicht, ob da irgendwo Gegner kommt. Ich gucke mal einfach, direkt da einfach ein bisschen an, wenn man braucht. Irgendwas trefft, das funktioniert ja auch meistens. Ist hier hinten vielleicht noch irgendwas? Ja, da ist doch noch einer. Ich sage jetzt erstmal, bevor ich, bevor ich eine Gegner besiege, sollte ich echt das Secret holen. Wenn ich eine Gegner besiege, dann komme ich da nicht mehr hin. Wait, man lässt sich schon mal Zeit. So. So viel Punkte ist das jetzt nicht, so wie bei anderen Sequels zum Beispiel. Oh, es kommen fast von jedem Seite, von allen Seiten zwei Kippen. Weil das nicht gut ist. Schippt, hier hinten werde ich auch noch Trinklern, Alter. Also gar nicht mehr hängen, wie bei der Kante hier oben. Sagen wir das einfach mal so. In diesem Level sollte das aber auch nicht relativ einfach sein. Ach, er regt sich auf, wenn der Fischschiff trifft. Fischschiff, Alter. Du, wofürst. Ich werde erwachsen, ganz ehrlich. Das ist echt nicht schön, dass du da manchmal da warst. Ich mag immer, immer. Redest immer. Vor allem immer nur Scheißdreck. Nix, nix irgendwie wichtiges. Wollte gerade sagen, nix erneuerbares. Genau. Wir machen erneuerbare Energien durch unser Sprechen. Jetzt ist ja auch irgendwo alles logisch. Da sterben alle. So, ich denke mal, alle sind tot. Ja, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Komm, mach mir die Eisberge da vorne kaputt. Wie viele Punkte? Ja, ich wollte gerade gucken, ob das jetzt schon für ein Lachen und ein Smiley reicht. Genau. Also, von was träume ich eigentlich nach? Naja. Ganz eigenartig. Ganz eigenartig. Und 100%. Noch 16.000 Punkte, die werden wir im nächsten Level zusammenkriegen. Das Problem ist nur, hm, schaffe ich das nächste Level jetzt noch in weniger als 10 Minuten? Und wird sogar fast eher knapp. Naja, ich mach's jetzt einfach. Und das ist einfach wunderbar. Das ist Classic. Hier hab ich damals echt... Diese Atmosphäre, Leute. Genießt das mal. Die Musik. Die Schneewelle. Die Wände. Gut, alle Gegner, die uns die ganzen Eingeweide ausschle... äh, schützen wollen und so. Boah, die gibt's auch überall. Die gibt's auch in Deutschland. Genießt das mal. So. Alter, ich hab's voll verkackt. Ey, ich hab's... Ey. Ehrlich. 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 Nein. Also, dass ich sowas schon verkackt inzwischen, das ist... Traurig, aber wahr. Also, leider ist es wahr. Also, das ist ein bisschen halt traurig. Wie versteht. So. So, leider krieg ich's nämlich alle ne Kombo, oder, oder, oder? Nein, okay, jetzt aufgehört. Aber ich hätt's, wenn ich mich angeschränkt hätte... Das ist jetzt nicht ganz so blöd, weil hier die Schneewelle runter wollen. Die hat Zeit, und das nervt ein bisschen. Aua, ja, genau. Und jetzt, und jetzt kommt wieder an. Genau. Das ist das Problem, und darf sich nicht für den Schnee... Bällchen, Bällchen, vor allem, ja, hier riesige Marmor-Schnee, äh, Marmor-Schnee. Ich erfinde heute den Marmor-Schnee. So. Das werde ich erstmal noch nicht einsammeln, hier. Okay, dann hab ich jetzt eine eingesammelt, und dann meine... Aua. Hm, das ist irgendwie ärgerlich. So. Ups, bin ich auszusehen gegen mein Mikrofon? Aua. Hier, guck mal auf. Die hören auf, wenn man hier oben ist. Hä? So, wie jetzt kommt. Wir sehen, dass ich jetzt mal hier hole. Kacke so. Gut. 240 Punkte aus. Aus, das ist schön. Krieg für Harre ist eine Serie, in dem wir im Haus vorkommen. Und den lassen wir losfliegen, damit wir gleich noch mehr Punkte bekommen. Punkte, Punkte, Punkte. Sammeln Sie, gewinnen Sie, gewinnen Sie. Machen Sie mit. Spielen Sie, gewinnen Sie. Und nehmen Sie. Eine schöne, schöne Zahl anbreiten. Und schöne Preise. Im allgemeinen schöne Preise auch. Und ich krieg' das Lötsein. Ich bin sehr unkoordiniert mit meinem Reden. Und mit meinem Lötsein. Und... Fick dich doch. Dankeschön. Jetzt hab ich ihn zwar mit meinen Füßen niedergeschlagen, aber Hauptsache... Hauptsache Gesundheit. Mit Kinder-Country. So. Wieder Werbung für irgendwas. Gummacht hier. Okay, was ist irgendwas? Ich hab Werbung für Kinder-Country gemacht. Ich hab'n bisschen nass. So. Na komm schon. Riegelhafter. Ich mag den gar nicht. Stimmt so. So. Anderer hat sich im Liga-Totalsen-Kampf rausgehalten. Warum auch immer wollte er mich hin... Wieso sch... Hä? Was ist denn... Warum auch immer der jetzt stirbt und der andere die ganze Zeit eigentlich... Guck mal, aber... Das ist jetzt auch irgendwie... Nicht relevant. Den Schmanier... Und den... Töten und dann kurz davor natürlich mit dem Gelben einzusammeln. Ich bin natürlich wieder ein Punktejäger hier. Dieser Stelle. Der. So. Hey, was, was, was? Ich hab' nicht doch... Ach so, jetzt hier. Das ist jetzt tot. Ja, das ist natürlich... Habt ihr jetzt gut gemacht, der Entwickler. Habt ihr euch jetzt gut vorgedrückt, mir viele Punkte zu geben. So, eigentlich, da man die Gegner besiegt hat, ist da eben... Ups. Ist hier. Diese gelbe Dose. Womit mehr hoch fliegen kann. Aber. Dicke, fette. Aber. Kommt gleich noch. Ähm, ja. Man kann da nämlich so hoch, ohne die gelbe Rüstung zu benutzen. Das heißt, ich werde mir jetzt die blaue von hier unten holen, damit ich gleich schön geil viele Punkte holen kann. Weiß nicht, ob solche kleinen Einzelheiten von den Entwicklern bedacht sind. Weil, hm. Hm. Das weiß ich wirklich jetzt nicht. Das würde mich aber stark interessieren. Was meint ihr denn? Naja. Ganz eigenartig hier. Aber. Hälfte von der Rüstung ist noch da. Hier kommt man nämlich hoch, an der Seite. So einfach. So einfach. Das ganze... Ach, scheiß drauf. Habe ich halt ein bisschen den Kombo verkackt. Hier können wir jetzt eigentlich links in einen geheimen Gang rein, aber ich mache jetzt erstmal hier Punktejagd. Denn da kriege ich... Nein, ich habe es verkackt. Ich habe den Kombo verkackt. Oh, ich habe den ganzen Kombo verkackt. Nein, kriegt man hier so viele schöne Punkte. Schrecklich. Schrecklicher Fail jetzt. Also ich meine, manchmal... Ich weiß, manchmal betreibe ich auch irgendeine Sachen, aber... Das war jetzt traurig. Traurig. Ich hätte so viele Punkte holen können. So viele. Aber nein. Naja. Was soll man machen? Man kann nicht alles erfüllen und... Ja, erfüllen. Genau. Ich bin der Weihnachtsmann und ich erfülle euch eure Wünsche. Kinder, kommt alle zu mir. Zu meinem Sack. Und mir. Und ja. Und... Dann wollen wir das wiederholen. Ich weiß noch, irgendwie, wenn man alle hintereinander eingesammelt hat, hat man drei oder vier.000 Punkte im Kombo gehabt. Und jetzt hatte ich gerade nur 1.000. Kombo-Kombo. Heißt? Ist auch so gut Deutsch. Ich hab's gekackt. Also wir können auch schlecht Deutsch sprechen, aber... Wir wollen ja schön gut Deutsch reden, damit wir mich schön down machen. Erst den an den. Du-du-du-du. Ist der Kombo gerade nicht weitergegangen, als ich den... Das wollte ich mir auf die Aufnahme nochmal angucken. Ich glaub, als ich den gerade eingesammelt habe, den grünen ist der Kombo nicht... Ja, ich glaub, dass keine 1.500 dazugekommen auf dem Kombo. Aber ich glaub, das hatte ich schon mal irgendwie. Ich glaub, das ist ein Bug. Oh, Moment, ich hab's vergessen. Nein, da unten ist noch ein... Oh, Chameleon. Ich hab schon wieder was vergessen. Okay. Dann können wir auch nochmal die Rüstung holen, wenn wir eh schon runter müssen. Nicht leid. Und der Part wird schon wieder über 30 Minuten lang. Weil ich einfach nicht gedacht hab, dass das Level hier so lange dauert. Ich mein, wir sind jetzt hier noch im Anfangsbereich des Levels. Scheiße. Ja, Moment, was ist denn der jetzt? Hier. Äh. Mega? Ah, da oben ist er ja. So. Nein, nicht runterfallen, no way man. Nicht runterfallen. Nein, ich sag dir nicht runterfallen. So. Ich weiß aber selber nicht, woran es liegt, dass ich immer so lange Parten mache. Entweder, es liegt da dran, dass, äh, so, die Level halt, weil es immer so schlecht hinkommt, von der Zeit her. Oder es liegt daran, dass ich nicht aufhören will. Sozusagen mal, Wayman 3 ist einfach ein Spiel. Weil, weil ich kann euch schon verraten, weil Super Mario Sunshine, das wahrscheinlich, ich fühle es wahrscheinlich nach, wo er meine drei Folgen wird. Das ist nämlich... Anders. Äh. 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 Junge, was willst du? Kann das voll anders sein. Scheiße. Nein. Ich hab's verkackt. Ich hab's schon wieder verkackt. So. Hier gibt's nämlich die rote Rüstung, hab ich ganz vergessen. Können wir uns hier Punkte holen. Schön viele, mögliche Punkte. Sie müssen mich so klein und schüchtern angucken, diese Punkte. Ich glaub's nicht so an. Äh, hier, okay. Äh, irgendwo hier, okay, gut. Beziehungsweise treff ich immer die Punkte. Beziehungsweise glücklicherweise kann ich eigentlich sagen. So. Aber ist eigentlich alles kein Problem mit der ganzen Fahrt hier. Allgemein, das ganze Spiel bietet eigentlich... Kein... Also es ist kein Spiel für Leute, die Schwierigkeit suchen. Ich mein, ich bin hier eigentlich so ein Mensch, der immer Schwierigkeiten sucht. Trotzdem mag ich das Spiel sehr. Weil es einfach... Ich weiß nicht, diese Idee an sich mit diesen ganzen... Fäuste steuern, so Rayman, ist an sich eigentlich... Oh, coole, coole Spiele und so, aber... Irgendwie, ich weiß nicht. Ist okay, kann ich sagen. Ich wollte schon wieder irgendwas... Total... Richtiges. Man, kriegt der hier. Verdammt, ich wollte erst den Schneemann kaufen. Danke. Äh, wie ist es jetzt nichts rausgehört? Hm, ist das jetzt so normal? Das ist jetzt auch wieder eine Frage, die ich mir nicht so klären kann. So. Erklären kann, wie auch immer. Oh, der wird mal nicht von einem Zauberer bewacht. Na scheiße, ich hätte noch ein Gelben einsammeln können. Ich habe hier immer einen Fehler gemacht. Aber Fehler, dass wir einen Menschen ständig. Deswegen sind sie auch Menschen. Macht irgendwie schon wieder Sinn. Naja. Level... Irgendwas draußen. So. Na, hier war noch... So. So, das war nur der Kopf. Ich dachte, tot. Ich bin wahrscheinlich mal etwas falsch. Was? Das hat er sich schon wieder selber gekillt. So was hasse ich. Wie so eine Selbstmordattentäter. Das ist immer so was. Das Problem ist, die gibt es dann Wirklichkeit. Verdammt, unsere geile... Verdammt, der Verbrecher hat sich selber umgebracht. Jetzt kriegen wir keinen Kombo. Inspektor, was sollen wir nun machen? Jetzt kriegen wir keinen Kombo mehr. Ja, mit der Fall. Wie komme ich jetzt hier hoch? Äh. Ach so, da kommt ja noch ein Gegner. Ich wollte gerade sagen... Ich wollte gerade ganz wütend reagieren und sagen... Äh, das Spiel ist blöd! Okay. Aber anscheinend muss ich es doch nicht machen, weil der Typ ja gekommen ist. Hier ist gekommen. So, jetzt drücken wir ihn. Mit der Kombo-Heading-Herbert, so. Noch ein Gegner, Alter. Der gehört eigentlich nicht mehr. Und wir haben es geschafft. Wir sind im Turm hochgeklettert und... schon wieder... ...mehr Energie. Und ich sehe gerade Scheiße. 32 Minuten. Ich muss beilen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich möchte euch ja nicht mit so langen Videos... Ich meine, ich möchte euch ja nicht zu... ...verwöhnen. Zu Leute verwöhnen. Das wäre... Wow. Jetzt muss ich die Videos noch mittendrin cutten. Und es ist nämlich das ganze Spiel jetzt... ...der Rest an einem Stück auf dem Cutter. Das ist halt da gerade schon wieder gelegt. Muss ich mir Sorgen machen. Muss ich mir Sorgen machen. Hier ist noch so einer. So. Jetzt macht er das nachher. Komm, stell ich mich so an. Fettsack. So. Was hat das jetzt gebracht? Ist irgendwas scheiße, meine Rüsterung ist weg. Warte, das ist eine Dose? War das da eine Dose? What the fuck? Achso, das hat... Achso, die ist von dem... Okay. Okay, alles klar. Jetzt verstehe ich das sogar. Die Zusammenhänge. Ja, wir haben schon lachen das Gesicht. Okay. Ich mich wie ein Honigkuchenpferd freue gerade. Das geht jetzt gar nicht. So. So. Zack, und das Level ist gleich vorbei. Also keine Angst. Der Part wird nicht drei Stunden lang. Der Part wird 34 Minuten und 20 Sekunden. Wette ich. Okay. Falls euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn er sehr geil war, dann favorisiert ihn. Teilt mich auf Facebook oder so mit euren Freunden und neue Bonuslevel freigeschaltet. What the fuck? Ich kriege mich nicht mehr. Und natürlich nicht vergessen, den Part zu kommentieren. Ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.